Ja, hallo liebe Leute, da sind wir auch wieder bei The Secret of Monkey Island. So, erstmal nehmen wir natürlich wieder alles mit. Okay, mal gucken, ist dann untersucht. Es ist ein alt, dusty Buch inside. Let's see what it is. Natürlich, guck mal rein. Okay, oder auch nicht. Tja, ich habe mir jetzt auch mal die Steuerung angeguckt. Und zwar habe ich herausgekommen, mit F10 kann man quasi die alte Grafik zeigen. Also, schauen wir mal, wie Guybrush damals noch ausgesehen hat im richtigen Klassiker. Hui! Boah, das waren noch Zeiten, nicht wahr? Okay, zurück zur richtigen Grafik. Okay, wer zum Teufel hat denn eine leere Truhe an Bord? Also echt. Nehmen wir noch die Tinte mit, so. Ich glaube, er hat erstmal die ganzen wertvollen Sachen mitgenommen. Ach komm, hätte klappen können. Ich gebe Ihnen fünf Sekunden, um zu kommen, um zu Ihren Sensen zu kommen. Dann werde ich anfangen, zu kippen. Entschuldigung, Guybrush. Does the word Kiehlhole mean anything to you? Kiehlhole. Englisch, Kiehlhole. Das untertauchen und den Kiel eines Schiffs als Strafe oder Folter. Ja, ich sehe deinen Punkt. Danke. Okay. Ist es da nichts, was ich tun kann, um euch zu helfen, um mich zu helfen? Äh, entschuldige mich, Guybrush. Du blockendes Son. Aha. Die Eliden-Klein-Mist-Kerle. Warum haben wir euch eigentlich angeheuert, ihr? Na gut. Die will mal die Streckträte hoch. Mein Gott, ist nichts Besonderes. Okay. Hoch mit dir. Dort nimmst du jetzt mal die Flagge mit. Danke. Was haben wir denn noch hier? Eine Kanone. Na, die rebellische Kuh kann es jetzt mal kreuzweisen. Äh, okay. Das war falsch. Hm. Guck. Wo sind wir denn noch hin? Okay, also hier oben haben wir schon mal nichts. Hm. Da ist nur wieder die Kajüte. Ah, da ist noch eine Luke. Gut versteckt hier. Schauen wir mal, wo geht's hier hin. Ah, die Kombüse. Das Herzstück, äh, was ist das? Frühstücksflocken? Hm. Ich liebte diese Dinge, als ich ein Kind war. Ich mag die, wie es auf die Kajüte aufbautet hat. Okay, können wir jetzt mitnehmen? Natürlich können wir auch. Den Topf fosche ich auch noch. Looks like you're one of the mill ship's cooking pot. Ah, da gucken wir erstmal noch weiter. Hier ist ja schließlich noch eine Luke. Mit einer Menge Zeug. Und da scheint Wasser hinzulaufen. Oh Gott, wir sinken. Ne, ne. Wird schon nicht so sein. Das sind nur alte, rostige Trunks. Wow, Gunpowder. Ich denke, ich werde was nehmen. Okay, dann. Ha, ein Seil. Mitnehmen. Ist in der Truhe auch was drin? Geil, Wurst. Guck doch mal. Es gibt ein paar sehr feine Weine in hier. Ah. Ich nehme es. Mitnehmen. Es sind nur alte, rostige Trunks. Na gut. Mal schauen, jetzt könnten wir theoretisch mal gucken. Ach, hier sind ja die Frühstücksflocken. Die können wir doch bestimmt jetzt öffnen. Das ist genauer. Das ist kein Preis. Es ist ein kleiner Kuss mit einem finely engraveden Mönch. Mal gucken, für was könnte man das jetzt nehmen. Okay, da passt das schon mal nicht hin. Ach, da ist ja noch ein Schrank. Können wir den öffnen? Ah, dafür ist es dann wahrscheinlich. Ha, ha, ha. Es sieht aus wie ein sehr schweres Metallkuss. Na dann öffne doch mal. Mann, das ist schwer. Füllt, sicherlich mit goldenen Jäulen. Hey, look, a piece of paper. Wow. And some cinnamon sticks. Ach, ist das nett. Ein paar Zimtstangen haben wir hier. Na, super. Directions to Monkey Island. Preheat pot to 450 degrees. Add the following ingredients. One cinnamon stick. Four leaves of mint. One human skull. Pressed. One squirt squid ink. Two pints monkey blood. One live chicken. Three ounces brimstone. One or more of the following. Pyridoxine hydrochloride. Zinc oxide. Yellow eight. Mine mononitrate. And BHA. Let bubble over a low flame until thickened. Serves crew of four. Okay, schön zu wissen. Wir sind ja zufällig vier Personen, also. Mal gucken. Vier Blätter Minze. Was könnte man da nehmen? Titter haben wir schon mal. Wir haben den Totenschädel. Wir haben das Schießpulver. Ich sag jetzt nicht Frühstücksflocken, also dann lach ich. It says, Captain's Log, March 10th. First mate Toothrot and I have been searching for Monkey Island for over a month with no success. The directions we purchased on Melee proved to be a recipe, not a map as we had believed. Captain's Log, March 12th. I wish Toothrot would take a bath. Captain's Log, March 17th. I wish Toothrot would stop snoring. Captain's Log, March 23rd. Toothrot is really starting to get on my nerves. I figure it's only a matter of time before we come to blows. Captain's Log, April 2nd. As a gesture to restore our friendship, Toothrot offered to fix dinner tonight. Captain's Log, April 3rd. I don't know how we did it, but we've arrived at Monkey Island. Both Toothrot and I passed out from the soupy fixed last night. When we awoke, Monkey Island was sitting off the bow. Captain's Log, April 4th. Toothrot and I filled the rowboat with supplies and are ready to set out to Monkey Island. We are both excited at the prospect of being the first civilized people to learn the secret of Monkey Island. Captain's Log, April 5th. We had to turn around and return to the ship. Toothrot forgot to go to the bathroom before we left. We'll set out again tomorrow. And that's the last entry. Oh man. Da kann sich ja vorstellen, wie das endete, aber na gut. So. So. So, let's try it. Alles in den Kochtopf. Ja, wer mag das auch nicht? Ops, falsche Taste. Mmm, this is gonna be good. That should be enough. Okay, was könnte jetzt noch fehlen? Directions to Monkey Island. Ach, Tinte noch. Ja. Ich hab die Tinte ja uns vergessen. Just a drop. It's full of crap. I hope I don't have to eat this. Ach ja, und das Huhn noch. Stimmt. Das ist guter letzter Hütchen. About the time I got rid of this worthless artifact. Ja, und natürlich. Ja, Pfefferminze. Ich bin doof. Good thing I've got a million of these. Yikes. Oh man, der hat die ganze Zeit so gelegen. Arme Sau. Aufwachen. Dann, geh mal an Deck. Haha. Hooray, jetzt müssen wir nur noch rüberkommen. Aber da hab ich schon mal ne Idee. Warum waren wir denn im Circus, wenn wir es nicht anwenden können? Da haben wir schon mal ne Lunte. Da haben wir auch schon mal die Top. Jetzt brauchen wir noch das Sch... Okay. Ich brauch nur das Schießpulver. Ja, man kann nie genug Schießpulver in der Hose haben. Ich weiß nicht, das ist nicht so super. Ich weiß nicht, dass wir den Pfeifen hier nicht verknallen. Ich muss mich verkack eiern, dann halt das Kanon-Rohr. So. Technisch sehen müssen wir es jetzt nur noch irgendwie angezündet kriegen. Okay, ich habe mal eine verrückte Idee. Wie wäre es, wenn wir den Fiederkehl anzünden? Ja, wir haben doch ein loderndes Feuer. Geht doch. Und? Geht es? Haha! Jetzt haben wir Feuer in der Hose. Nein! Ja, schön für dich. Was müssen wir denn? Müsst ihr nochmal machen. Ach, jetzt brauchen wir schon wieder Schießpulver. Oh. Ich merke schon, das wird wieder was werden hier. Ja, am besten wäre es, wenn du gleich einen Riesenvorrat nimmst.